Also mit meinen aktuellen Helden kann ich da vergessen durchzubrechen. Zu euren Diensten. Zu Befehl. Ich kann immer nur welche rauspullen. Auf dem Weg. Und verzüglich. Für die Rune. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Weil sobald es um diese blöden Geister geht. Was für Skits hat der eigentlich? Große Schlagwaffen und schwarze Magie. Zu Befehl. Sie sind überall. Stehe bereit. Auf dem Weg. Zur Ehre, Arnius. Man, ich möchte doch nur den Level ab. Linien müssen halten. Was wünscht die Rune? Rudelkrieger zu mir. Also ja, ganz langsam, aber sicher kriege ich die Erfahrungspunkte. Hier, sofort. Bereit. Zu Befehl. Und verzüglich. Auf dem Weg. Und verzüglich. Schlag sie zurück. Oh, jetzt kommen wir ein paar mehr. Kämpft, Männer. Wohnenkrieger zu mir. Ja, was da. Töten. Töten. Wohnenkrieger zu mir. Schlag sie zurück. Linien müssen halten. Sie sind überall. So, da kommt das letzte Kornenkrieger zu mir. Verstärkt die Deckung. Die Rune fehlt. Linien müssen halten. Auf dem Weg. Für die Rune. Hier. Schnell. Gut, ich könnte das auch ein bisschen regelmäßig für stärkere Helden kaufe, aber... Wird sofort ausgeführt. Zur Ehre, Arnius. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. Halte durch, Kämpfmänner. Versuchst. Verstärkt die Deckung. Stand halten, Männer. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Wohnenkrieger zu mir. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Verstärkt die Deckung. Das ist echt die Frage, ob ich das jetzt gerade machen möchte. Ja. Unverzüglich. Zu Befehl. Auf mein Kommando. Zu Befehl. Verzüglich. Verstärkt die Deckung. Dann halten Männer. Feinde. Ah, schnickstack. Sie sind überall. Da passiert wieder sowas. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Hallo, heil dich. Feindlicher Angriff. Das ist ein Hinterhalt. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Zu Befehl. Und verzüglich. Haltet die Deckung. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Sie sind überall. Ohne Krieger zu mir. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Okay, die Geister tun gerade nicht misspornen. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer. Hier. Für die Rune. Die Rune ruft. Für die Rune. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Die Rune befiehlt. Hört sofort ausgeführt. Linien müssen heißen. Für die Rune. Haltet durch, Männer. Haltet durch, Männer. Schlagt sie zurück. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht die Frage der Zeit, bis sie misspornen. Schließt die Reihen. Linien müssen halten. Feindlicher Angriff. Auf mein Kommandor. Sie sind überall. Zu Befehl. Und verzüglich. Mal gucken, ob ich an die Kiste jetzt reinfraube. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Oh nein, sie misspornen. Oh nein. Schließt die Reihen. Linien müssen halten. Feindlicher Angriff. Ja, sofort. Verstärkt die Deckung. Auf mein Zeichen. Und los. Mir nach. Zu Befehl. Vorwärts, Krieger. Was wünscht die Rune? Verstärkt die Deckung. Los, los. Schlagt sie zurück. Also ja, ich brauche auf jeden Fall, wenn ich die Gräber weiter zerstören will, stärkere Helden. Die Rune ruft. Jetzt aber, um das nächste Level zu erreichen, sollte das hier... Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Ausreichend sein. Das geht so, komm. Schließt die Reihen. Auf mein Zeichen. Schlag sie zurück. Zum Angriff. Schnell. Schlag sie zurück. Auf mein Kommandant. Tag nicht da. Folgt mir. Ein Bogen. Vorwärts. Schnell. Und los. Mir nach. Bereit. Und los. Mir nach. Die Medien müssen halt. Kämpft, Männer. Das ist ein Hinterhalt. Alles klar. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Die Rune ruft. Schließt die Reihen. Halte durch, Männer. Wohnenkrieger zu mir. Geht so in Gefahr. Zu Befehl. Schlagt sie zurück. Das ist ein Hinterhalt. Tag nicht da. Hör die Rune. Schließt die Reihen. Wieder weg mit diesen Geistern, die Nerven. Wir werden angegriffen. Feindlicher Angriff. Zum Angriff. Tag nicht da. Sie sind überall. Kommt her. So, diesmal ohne. Das geht so. Sie sind überall. Ja. Kämpft, Männer. Das bereust du. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Ja, Feinde. Ja, aber ich glaube, äh... Kämpft, Männer. Ja, da riskiert das Zeug schon. Was wünscht die Rune? Das bereust du Krieger zu dir. Für die Freiheit. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. Dann halten, Männer. Feinde. Schließt die Reihen. Für die Rune. Schließt die Reihen. Was sind Gegner? Halte durch, Männer. Versucht's nur. Dann schließt die Reihen. Auf meinen Arm. Sie sind überall. Auf meinen Befehl. So, taktischer Rückzug. Feindlicher Angriff. Leo, ist es auch wieder da? Folgt mir. Schlagt sie zurück. Feindlicher Angriff. Das ist ein Hinterhalt. Die Rune befiehlt. Schließt die Reihen. Tag nicht nach. Runenkrieger zu mir. Halte durch, Männer. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Dann halten, Männer. Verstärkt die Deckung. Das war der falsche. Sie sind überall. Linien müssen halten. Verstärkt die Deckung. Aber ja, nicht mehr lang. Dann haben wir das Level ab. Dann halten, Männer. Schlagt sie zurück. Schließt die Reihen. Halte durch, Männer. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Roden Krieger zu mir. Schlagt sie zurück. Versucht's nur. Sie sind überall. Vorsicht, Finger. Sie sind überall. Geht so in Gefahr. Schlagt sie zurück. Halte, Männer. Auf mein Zeichen. Mir nach. Sehr gut. Was sagt das? Oh, das sagt, wir sind ganz dafür. Zur Ehre, Aonius. Und wir haben Stimme 15 erreicht. Gut. Die zwei Punkte. Puh. Das war ein Ritt. Und nein, wir können immer noch nicht. Gut. Schnell. Und los. Das heißt, wir lassen das Tal jetzt erst einmal gut sein. Ist ja eigentlich eh grad zu anstrengend. Wir können das Dorneshit wegwerfen. Und ganz ehrlich, Tiere beherrschen. Schmeißen wir auch wieder weg. Wir können hiermit noch ein bisschen mehr Geld machen. Können mal kurz gucken, was für Heldenruhne es gibt im Angebot. Beim Runenhändler. Einer von hier verkauft nämlich Runen. Aber ja, das Tal hier eignet sich gut zum Leveln. Weil immer wenn wir Gräber einreißen, werden auch die Gegner stärker. Das heißt, mal gucken, wenn wir nach Fast Time hoffentlich Level 18 oder sogar... Äh, Level 18. Ja, Level 16 oder sogar 17 haben. Ich hoffe mal 17. Dann hoffe ich, dass wir... Genau, du verkaufst Heldenruhen. Krieger, die Kriegerin zum Beispiel, wer war es? Aber 5 Gold, äh, nee. Da warten wir lieber bis zum nächsten Level ab. Dann haben wir nämlich hier eine Kämpferin. Und hier den Ork. Ja. Weil ansonsten gibt es ja niemanden mehr, der hier Heldenruhen verkauft. Du verkaufst nur Arbeiterruhen. Ihr verkauft irgendeine noch Arbeiterruhen, aber keine Heldenruhen mehr, soweit ich weiß. Ja, du verkaufst die... Das Ork-Schnitzmesser. Was wir eine ganze Weile lang noch nicht brauchen werden. Ja, du verkaufst billige Arbeiterruhen, die wir nicht mehr brauchen. Also wir haben ja schon ein höheres. Also der Händler ist eigentlich Verarschung. Das warst du gerade, ja. Und mit dir haben wir auch schon das Vergnügen gehabt, oder? Ach, du verkaufst Schilte. Das war's sheiland. Untertitelung des ZDF, 2020